Herzlich Willkommen zurück zu Letzweilbomber 4 und ich slächer erstmal, weil ich das schon wieder vergessen habe. Okay, gut geht an. Können wir mal in der Sonne jetzt los geht. Hi! Du bist der Trainer, den ich im Forstbauhafen getroffen habe. Oh, okay, du bist Mikax. Ich erinnere mich. Ich kann diese Kruhsebäckchen verarbeiten, weil wir hier noch nicht verändern. Soll ich noch eine Beobachtung mache, dann können wir das mit den Kruhsebäckchen. Ich habe das mit den Kruhsebäckchen. Ich habe das mit den Kruhsebäckchen. Das ist ein Kruhsebäckchen. Ich habe das mit den Kruhsebäckchen. Ich habe das mit den Kruhsebäckchen. So. 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 Ich bin ein langer Lange, ich bin ein langer Lange. Ich bin immer leid. Ich bin ein bisschen frei. Ich bin nicht vergessen, dass wir alle. Ich bin voll. Ich bin voll. Guck mal, ich hab's da. Untertitelung. BR 2018 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.